Bestätigen. Nagelsmann eliminierte Kimmich nach der Umfrage direkt. Was ist passiert? Die DFB-Güteklasse will gegen selbige Ukraine in dem Flow ausruhen und selbige Fans noch eher begeistern. Doch es gibt Störgeräusche. Nicht als letzten Punkt selbige kontroverse Dialog in dem Arbeitseinsatz des WDR-Formats Körpererziehung in Zeit zu einer Kompositum der deutschen Nationalmannschaft? Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich schockiert weiterführend selbige Fragestellung, in der sich jeder fünfte eher weiße Spieler gesucht hatte. Es brodelte in Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer hätte eher allerdings weiterführend den EM-Stresstest gegen selbige Ukraine. Dasjenige Renaissance von Manuel Neuer oder den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen. Doch eine Dialog hat ihm selbige Überzeugtheit von sich selbst gepflegt verhagelt. Ich war schockiert, dass solche Fragen arrangiert werden. Nagelsmann eliminierte Kimmich nach der Umfrage direkt. Was ist passiert? Ich finde es rassistisch, sagte Nagelsmann an dem Sonntagnachmittag in Herzogenaurach. Die unliebsamen Störgeräusche waren vor der Zusammenkunft an dem Montag in dem Nürnberger Max-Moor-Lock-Stadion folglich unüberhörbar. Der repräsentative Dialog für selbige WDR-Sendung Körpererziehung in Zeit hatte für Wasserstrudel gesorgt. Jeder fünfte, 21 Prozent, gab im Gange an, dass er es ausgefeilt fände. So wie wie gehabt einmal Holgerendum eher weiße Spieler in der Nationalmannschaft spielen würden. Nagelsmann eliminierte Kimmich nach der Umfrage direkt. Was ist passiert? Zudem sagten 17 Prozent der Befragten, dass die es schade fänden, dass der DFB-Kapitän Iltaigündo an türkische Wurzeln habe. Auch Kimmich wird bei Kontroverse deutlich Nagelsmann nannte selbige Fragestellungen einen Wahnsinn. Eine Fußballmannschaft könne schließlich Vorbild sein? Denn man diverse Kulturen und Hautfarben gemeinsam und an einem gemeinschaftlichen Zweck arbeitet. Co-Kapitän Josua Kimmich hatte dasjenige heikle Thema nur Text davor Achtung gebietend abmoderiert und klare Ecke gegen Rassismus gezeigt. Wer in dem Fußball aufgewachsen ist, betonte Kimmich, der weiß, dass dasjenige absoluter Quatsch ist. In der Mannschaft sei selbige Dialog kein Thema gewesen, versicherte der Rechtsverteidiger, nun passten sogar selbige Bilder an dem Samstagabend. Nagelsmann und der die des seinigen Nationalspieler fieberten bei dem Champions-League-Endspiel arbeitsfreudig mit, jetzt sind die zu eigenen Heldentaten bereit. Nagelsmann will Fußball zeigen, der Spaß macht unter den Augen des Bundeskanzlers soll selbige EM-Euphorie gegen selbige Ukraine mit dem dritten Triumph in Herbeiführung weiter befeuert werden. Wir wollen unbedingt gewinnen, aufgrund dessen in dem Flow zu ausruhen und selbige positive Überzeugtheit von sich selbst aufrecht zu erhalten, sagte Kimmich. Zunächst jubelten Nagelsmann und der die das seinige Stars in dem Homeground bei dem Partner Adidas aber mit den strahlenden Königsklassensiegern Toni Kroos und Antonio Rüdiger. Nagelsmann eliminierte Kimmich nach der Umfrage direkt. Was ist passiert? Die litten aber sogar mit den unglücklichen Verlierern Niklas Füllkrug und Nico Schlauterbeck. Das Quartett wird erst an dem Dienstag erwartet, elf Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland muss Nagelsmann improvisieren. Rüdiger und Kroos sind fester Punkt seiner Achse, sogar Leroy Sané fehlt hinter seiner roten Speisezettel in dem November in Österreich gegen selbige Ukraine letztmalig gesperrt.